COCO mit einer neuen Form einer Koalition zwischen Union und SPD soll das Parlament in seiner Debattenkultur gestärkt werden. Klimarettung mit einer Initiative für private Investitionen will der französische Präsident den Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen ausgleichen. Und Kabinettsdisziplin beim Thema Glyphosat-Genehmigung blieben die Gegensätze im Bundestag unvereinbar. All das gleich um 23 Uhr in der Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017